Das heißt, das oben kann ja alles schon mal weg. Der Kotflügel. Das ist ja eigentlich schon ein völlig neuer Prozess wieder. Den machen wir hier. Vordere und hier kommt der hinterher hin. Also alles richtig soweit. Pardon. Dann geht es hier runter. Dann die Dachmontage. Das machen wir hier einzeln aufgeschlüsselt. Türverkleidung. Das machen wir alles einzeln. Türverkleidung. Fenster. Dann kommt die Lackierung. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Den könnten wir zum Beispiel hier hinstellen. Da ist der Exporter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Den brauchen wir. Den müssen wir jetzt mal zuerst setzen. Denn den benötigen wir jetzt definitiv hier. Wunderbar. Notfall-Bremsassistent. Hat auch schon fast jeder. Nur wir nicht. Der Exporter muss definitiv sitzen. Dann können wir hier anfangen. Ja, wir gucken mal. Wir haben jetzt hier die Farbgrundierung sozusagen. Dann machen wir trocknen. Hauptfarben dran. Finale Lackierung. Dann haben wir jetzt einen Trockenvorgang. Hier kommt der Poliervorgang hin. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir hier platzsparend bleiben. Poliervorgang. Dann geht's weiter mit der Motormontage. Das heißt, wir benötigen hier einen Antrieb. Antrieb. Auspuff. Hier machen wir auch alles einzeln. Ist ja nötig. Reifen-Montage. Das und Lenkrad kommt hier noch dran. Dann haben wir hier eine ganze Straße nochmal. Das passt. So, für die Zubehör gibt's dann die Rückseite sozusagen. Ja, das ist wunderbar. Ein Cabrio haben wir jetzt sogar. Also richtig krass. Wie gesagt, man muss das nicht unbedingt machen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Lenkrad-Montage. Haben wir durch. Das heißt, es geht mit Zubehör weiter. Wir brauchen das halt alles nicht einzeln prinzipiell. Wobei das auch doof ist hier. Weil das Problem ist ja. Sitzmontage. 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 Vollscheibe. Klima. Und jetzt kommt nämlich dieses Fit Carbon, oder wie das heißt. Hier passt eh nichts zwischen, ne? Das ist schon ein bisschen doof alles. Ja, es hilft nichts. Ja, es hilft nichts. Ja, okay. Das heißt, wir machen jetzt Fit Carbon hin erstmal. Fit Control. Es ist egal. Es ist egal. Elektronik-Kontrolle kommt hier hin. Und dann kommt die Qualitätssicherung. Abgasuntersuchung einmal visuell, funktionell und die Abgasuntersuchung. Mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. Jetzt müssen wir das alles verbinden. Machen wir das hier mal zu. Hier muss natürlich alles... Oh, wir brauchen hier noch einen Importer vielleicht. Dann müssen wir das hier alles miteinander verbinden. Okay, intelligente Anschlüsse. Wunderbar haben wir. So, wir verbinden das halt alles hier mal. So, und auch das muss natürlich alles verbunden werden. So. So. So, dann geht's hier hin. Ein bisschen leiser gewesen. Lag einfach daran, weil... Ja. Ein bisschen konzentriert hier beim Bauen. Jetzt sollte alles verbunden sein. Alles sollte alles bekommen. Ich weiß ja nicht, was der hier produziert. Generell würde ich nämlich hier gerne einen anderen Plan haben. Und zwar würde ich hier ganz gerne... Achso, ich muss einen drin haben. Wir müssen hier ein Fahrzeug auswählen. Und zwar würde ich den Kleinwagen haben wollen. Den fügen wir hinzu. Der geht raus. Und hier wird nur der Kleinwagen hergestellt. Da können wir jetzt auch folgendes machen. Wir müssen natürlich das alles noch miteinander verbinden. Ist ja logisch. Das heißt, die ersten Autos werden jetzt nicht unbedingt Kleinwagen sein. Das wird sicherlich ein bisschen schief gelaufen sein. Macht aber nichts. Das läuft. Sollte irgendwo was fehlen, werden die schon gleich schreien. So, dann geht das hier lang. Hier. Da. So rum. Da rum. Hier rum. Dann muss das hier ran. Die Checks müssen alle gemacht werden. Und dann geht es schon raus. In den Verkauf. Das heißt, wir gucken mal. Fehlt da was? Ja, bevorzugt lokal ist natürlich klar. Also diese Roboter können definitiv überall schon mal hin. Wir müssen halt aufpassen. Wir benötigen hier nicht alles. Produktive Nachschubkontrolle können wir noch machen. Und dann müssen wir mal schauen. Der will hier noch mehr Aufwertung haben. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Wir haben eine Herstellung. Aluminium, Seitenairwäcks. Das ist natürlich alles sehr teuer. Das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Jetzt müssten wir mal gucken. Wir müssten hier unten den Wagen nämlich rausnehmen. Wir müssten den hier rausnehmen. Wir produzieren den nur da oben. Hier Zielvorgabe ändern. Kleinwagen raus. Den machen wir nur da oben. Und jetzt können wir den Kleinwagen einstellen, wie wir wollen. Jetzt können wir nämlich hier hingehen und sagen. Also hätten wir auch vorher gekonnt. Kleinwagen. Wir machen mal alles aus. Wir machen mal komplett alles aus. Und stellen uns den Wagen so zusammen, wie wir das für richtig halten. Wo wir sagen. Ja, der ist massentauglich. Alles geht raus. Wunderbar. Zack, zack, zack. Und schon sieht der Wagen auch ganz anders aus. Es soll wie gesagt ein günstiger Massenwagen sein. Was ich schon wichtig finde, ist die Zentralverriegelung. Ich glaube, die ist auch vorgeschrieben. Genauso wie die Servo. Ja, so einen Spoiler braucht man den. Ich weiß es nicht. Der macht den Wagen schon teuer. Wir können es ja machen. Ja, wenigstens ein Schiebedach. Das braucht man. Eine Klimaanlage auch. Heizung definitiv. Entertainment. Ansonsten. Beifahrer-Airbag. Beheiztes Lenkrad, würde ich sagen, braucht man nicht unbedingt. Wie viel teurer macht denn das für die? Ja, schon. Also der ist ja schon mit 20.000 extrem teuer. Alarmanlage machen wir rein. Und dann kriegen sie den für unter 20.000. Und ist damit in der Kompaktklasse. Und wenn wir jetzt mal gucken, statistisch gesehen, das war die falsche. Hier müssen wir hin. Die Kompaktklasse ist die kleine. Da wollen wir ja auch rein. Und da heißt es jetzt, Umsatz generieren. Jetzt hat er natürlich hier die Produktion angefangen. Ja, Kleinwagen ist nicht auf dem allerneuesten Stand. Das ist mir klar. Aber er soll ja wie gesagt auch ein Kleinwagen bleiben. Und ich glaube, wenn ich da jetzt noch was reintue, zählt sogar auch noch als Kompaktklasse. Gut. Wird scheinbar verlangt. Lassen wir mal drin.